Test, 1, 2, 3, Kamera läuft. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween vier unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen, noch in derselben Nacht festgenommen und setzt seit 40 Jahren in Haft. Hallo, Michael. Ich habe etwas, was Sie vielleicht sehen wollen. Zum Jahrestag ist keiner aus der Familie zurechnungsfähig. Ich meine, deine Großmutter ist Laurie Strode. Sie wurde fast ermordet. Hat nicht ihr Bruder all die Babysitter ermordet? Nein, das war nicht ihr Bruder. Das haben die Leute erfunden. Wissen Sie, dass ich jede Nacht dafür bete, dass er ausbricht? Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Dad, pass auf! Der Bus hat den Unfall. Mom, welcher Bus hat den Unfall? Michael ist entkommen. Tut mir leid, hier ist besetzt. Hallo? Nein, bitte nicht! Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Schnell, lauf nach Hause und bleib drin! Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Nein. Er ist hier! Michael! Das sollten Sie. Kannst du die Schranktür zumachen? Nein. Das sind so viele Häuser. Die sind alle gruselig. Ich gehe zu dem auf der anderen Straßenseite. Ja. Oh, oh, oh. Was ist so? Hey! Ich habe Angst. Tut mir leid, Sir. Ja! 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 Vor 40 Jahren ermordete Michael Myers in der Halloween-Nacht drei Menschen. Seit dieser schrecklichen Nacht setzt er wieder in der psychiatrischen Anstalt, in Gefangenschaft. Ich habe jede Nacht dafür gebetet, dass er ausbricht. Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Der Bus hatte einen Unfall. Michael Myers ist entkommen. Er wird nach Haddonfield kommen. Nach Hause. Ich beschütze meine Familie. Ihr habt keine Alarmanlage, Karen. Mom, du brauchst Hilfe. Das Böse ist real. Wir fürchten diese Nacht nicht ohne Grund. Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Auf der Straße ist es heute Nacht nicht sicher. Schnell! Lauf nach Hause und bleib drin! Michael! Er ist hier. Er ist ein Mörder. Aber heute Nacht wird er ermordet. Lauf nach Hause! Lauf nach Hause! Lauf nach Hause, Michael. Musik 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 Aaaaaaah!